Coop Naturalein ist Mode für Frauen, Männer und Kinder aus reiner Bio-Baumwolle, die fair und umweltverträglich produziert ist. Mit Naturalein engagiert sich Coop seit bald 20 Jahren für die Natur und die Menschen entlang der gesamten Produktionskette, vom Bauern in Indien bis zur Konsumentin in der Schweiz. Für alle bringen Naturalein-Textilien mehr Lebensfreude. Kleider, die sich gut anfühlen, schick aussehen und erst noch fair und umweltfreundlich produziert sind. Das ist möglich dank der langjährigen Partnerschaft zwischen Coop und der Textilhandelsgesellschaft Remei AG aus Rotkreuz. Die 1997 gemeinsam gegründete Stiftung Biore hat weltweit Pioniercharakter. Heute arbeitet Biore in Indien und Tansania mit über 8'000 Kleinbäuerinnen und Bauern zusammen. 8'000 Tonnen Bio-Baumwolle werden jährlich geerntet und zu Textilien für Naturalein verarbeitet. Biore ist damit eine der grössten Bio-Baumwollproduzentinnen der Welt. Für die Herstellung und den Handel der Textilien von Coop Naturalein gelten strenge Standards. Deren Einhaltung wird konsequent kontrolliert und transparent dokumentiert. Bereits seit 2012 ist das gesamte Naturalein-Sortiment 100% CO2-neutral. Bei Anbau, Herstellung und Transport wird der CO2-Ausstoss so gering wie möglich gehalten. Nicht vermeidbare Umweltbelastungen kompensiert Coop durch den Bau von Biogasanlagen sowie effizienten Holzöfen direkt vor Ort. Für Coop ist die Verbesserung der Lebensbedingungen von Bauernfamilien zentral. Zusammen mit weiteren Spendern konnten bereits über 20 Schulen für rund 1'000 Kinder, die keinen Zugang zur Bildung hatten, gebaut werden. In Zentralindien richtete Coop ein fahrendes Spital ein, das Dörfer in abgelegenen Regionen besucht. Bis heute konnten die lokalen Ärzte über 40'000 Patienten behandeln. Sich gut fühlen und gut aussehen. Coop Naturalein steht für freudvolle Mode aus reiner Biobaumwolle, die fair und umweltfreundlich produziert wird.